Also, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist, was glaubst du, was macht er? Ich glaube, er wird das Shoppen irgendwie integrieren. Vielleicht kann er irgendwie ganz toll so viele Taschen tragen oder so. Könnte er wahrscheinlich. Die zweite Frage wäre... Würde mich das beeindrucken, nein. Ich kann Tüten tragen. Sorry. Ich wollte dich schon nachmessen, sorry. Eine Tüte, oh. Wenn er das macht, dann springe ich heute in den Pool. Dann schauen wir uns doch mal an, was er mitgebracht hat. Ist er dein Mann? Lass die Lampe an. Drückst du raus? Bist du raus! Oh, nein, meine Damen und Herren, die Farbe auch so geil. Oh, macht er das jetzt kaputt? Oh, das ist er wohl, ne? Jetzt zerbricht das Herz. Nein, der Arm noch. Nein, was? Sie hat leider gedrückt. Man kann quasi sagen, du hast dein eigenes Herz jetzt in der Hand. Schade. Mein Herz wurde gerade zersägt. Dein zersägt? Oh, mein Gott. Das möchte ich trotzdem der Julian noch mal geben. Ja, na klar. Oh, mein Gott. Das ist für mich. Das ist für mich. Danke schön. Ganz kurz. Hier geht wirklich niemand ohne Liebe. Und ich habe... Bitte? Achso, ja. Oh, das war knapp. Kommen wir mal mit. Hier geht niemand ohne ein bisschen Liebe. Guck mal hier, ich habe hier noch so ein paar Herzchen. Die bekommst du. Und du warst ein ganz toller Kandidat. Und alles Gute für dich. Danke. Tja, das hat leider nicht sein sollen. Aber trotzdem finde ich, war er sehr sympathisch. Das kann man schon sagen. Ja? Doch. Ja.